Hallo zusammen! Nach ca. einem Monat ist es jetzt wieder soweit und zwar streame ich wieder auf Twitch am 3.9. jetzt kommenden Freitag. Wir fangen um 15.30 Uhr an mit einem neuen Spiel, das hat mir die Caro vorgeschlagen und zwar New Super Lucky's Tale. Ich habe mir davon nur ganz kurz mal einen Trailer angeguckt, sah ganz vielversprechend aus und ich bin mal gespannt was da auf mich zukommt. Danach machen wir mit 4.2 weiter. Mal sehen wie weit wir da kommen, ob wir durchkommen oder ob wir noch eine Session brauchen. Mal sehen. Und danach zuletzt, äh, zu guter Letzt, geht's mit The Room 4 weiter, ein bisschen rätseln und, äh, ja, das Stream wird wieder ungefähr bis 21.30 Uhr gehen. Vielleicht geht er auch länger. Mal sehen wie ich so Lust hab und, äh, ja, ich freu mich auf euch. Wir sehen uns dann hoffentlich am Freitag auf Twitch. Bis denne. Tschüss!